Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner galaktisch gefährlichen Reise auf dem Planeten Ketern in Beyond Contact. Yo, äh, ich hab mich hier erstmal wieder zurückgepfiffen. Hab ich bestimmt keine Pilze mehr, ne? Oh, das ist schlimm. So, wo haben wir denn hier ein Lager? Da, oh, da waren noch Pilze. Gib das. Ach Gott, ich bin vollgepackt hier. Den weg. Ach hier, den hab ich gebaut. Ach cool, hab ich schon fertig, den Transporter. Geil. Ja, was willst du mehr? So, Ferron weggepackt. Das brauche ich gerade, glaube ich, auch nicht. Dann kann das mal eben raus. Nochmal splitten. In den da rein. Ne? Ach so. Da sind wir wieder nicht in der Nähe, ne? Und tschüss. Und den Pilz aufheben. Hier reinpacken. Ne, Quatsch. Den können wir doch hier reinpacken. So. Und wann brauche ich sonst noch nicht mehr? Die kann ich da vorne hinpacken, wo sie hingehören? Wartet mal kurz, wartet mal kurz, bevor ich euch meine Pläne erzähle. Ach, mehr als sechs geht nicht? Nö. Okay. Und zwar, den Transporter, den ich hier habe, den werden wir heute zur Sense bringen. Also bei den Oktumianern aufbauen. Ich will dann nochmal zehn leeren Kristalle mitnehmen. Dann kann ich nochmal einen Riss reparieren. Dann müssen wir kurz checken hier, die Lage. Und zwar war hier irgendwo... Da, dieser böse Croc. Oder, den wir hier noch nicht hatten. Dieser Bullcroc genommen wahrscheinlich. Da wollen wir hin. Den wollen wir vernichten. Und das Ziel ist es dann, hier die beiden Sachen noch fertig zu kriegen. Damit der gute... Wie heißt er denn gleich? Wir brauchen nur dieses Horn, ne? Das könnten wir sogar schon fertig machen. Polychirinstoff, ja. Wir müssen auch Polychirin zusammensuchen. Aber mit diesem Kommunikationsstab und diesem hier können wir es schaffen, den Klautus zum Alplink zu machen. So. Okay. Ja, machen wir ja. Machen wir ja. 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 So, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen rüber zum Pens. Und gucken wir eben, wo sind wir denn? Wo müssen wir hin? Da. Okay. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Und. Ähm. Ja, ne. Da noch nicht. Oh, wir hätten vielleicht vorher was essen sollen. Da hatte ich nichts im Ofen. Bestimmt. Wahrscheinlich ist es halt auch schon wieder vergammelt. Weil ich im Ofen hatte. Müssen wir mal schauen. Näh. Äh. Aber ja, Essen macht Sinn. Essen ist wichtig. Da. So. Da ist nichts. Da auch nicht. Ach komm. Dann essen wir da zwei von. Was soll's denn. Dann geht's uns auch gleich viel besser. So. Okay. Dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. So. Laufen wir doch einfach mal so. Hm. Irgendwie hat sich der Sound doch verändert, oder? Die Musik kenne ich so noch gar nicht. Gab's ein Update, von dem ich nichts mitgekriegt hab? Aber das ist, wenn man mal ein paar Tage nicht spielt, ne? Zack, ist irgendwas neu. Ja, egal. Aha. Ja, ja, ja. Er ist doch schon längst weg. Oder ist er immer noch hinter mir? Ich weiß es nicht. So. Echt hier über die Brücke? Was richten hier? Blütenquallenherz? Okay. Nehme ich doch glatt mal mit. Ich weiß eh noch nicht, wofür manche Dinge gut sind und andere nicht, ne? Aber eigentlich müssten wir ja gleich mal da sein. Ja, das sieht doch gut aus dir. Äh, nicht da. Nee, da. Dann hast du. Keine Ahnung. Ach, ich Idiot. Hab die leeren Kristalle vergessen. Oh, so dumm, ne? Aber hier ist ja zum Glück leider. Müssen wir noch einen zweiten finden. Wie viel haben wir denn da? 6. Oh, ah. Vortex. Müssen wir mal eben kurz hier in die Ecke. Und gucken, wo wir noch... Ach, hier. Da. Nehmen wir doch den da. Cool. Da, den nehmen wir. Äh, nicht den Stein, aber den... Oh, da. Ich weiß nicht, warum sich die Musik hier gerade ändert, aber wir haben unsere 10 leeren Kristalle und das ist auch gut so. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ich hier wieder abgebogen bin, wo ich nicht hätte abbiegen sollen, ne? Ja, hier ist die Octomianische Base, dann rennen wir hier jetzt durch. Ist doch scheißegal. Sind wir auch gleich da. So, weiter geht's. Ja. Ab ins Schmelztal. Ja, so. Abstecher sind halt auch nicht immer cool, ne? So, wo ist das Portal jetzt hier? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo bin ich denn? Wieso bin ich denn schon wieder dran vorbeigelatscht? Meine Güte. Gut, dann würde ich sagen, hier vorne, hier. Hier ist doch ein guter Punkt, um das Gebäude zu platzieren. Ach, die Windturbinen. Ich vollhorst, ich. So, ja, natürlich brauchen wir Strom. Zwei Windturbinen. Ah. Was brauchten wir denn da nochmal für? Da. Ja, ich hab da noch einen, keine Sorge. Ähm, Windturbine. Polychirin hatte ich noch. Ich brauch zwei Stück. Dann lass doch mal eben zurückreisen hier. Schön ist das ja, ne? Hier ist unsere Base, da reisen wir hin. Ja, so ein Transporter ist schon echt geil, ne? So. Zack. Dann lass mal gucken. Hatten wir schon Polychirin gemacht? veredelt. Ich hab hier zwei drinnen, ne? Das veredelte Eisen haben wir. Mal gucken, ob wir noch irgendwo Poly haben. Sonst müssen wir eben welches jagen gehen, ne? Ja, jetzt ist nicht so schlimm. Ähm. Hier ist kein Poly... Wir haben kein Polychirin mehr. Äh, Mann. Da war was, ne? Ach, Gott. Ist der schon wieder weg? Ach, Mann. Lager zu schließen, ne? Da krieg ich nicht auf die Kette. So, wir müssen uns... Wir müssen uns tatsächlich mal eben ein bisschen Polychirin holen. So, lass mal gucken. Wo haben wir denn den anderen Transporter hier? Da. Gibt's hier in der Nähe Poly. Hm. Hier gibt's Polychirin, ne? Dann lass uns doch... Ach so, ne. Das sind Phasenquallen. Äh. Nö, hier ist nix mit Poly. Hier wäre Polychirin. Das wäre einer der leeren Risse. Die ich vielleicht... Aber hier ist ein Sandsturm. Ne, da will ich ja gar nicht hin. Ha. Den will ich kaputt machen, ne? Mit den Feuerbällen, ja. Aber hier ist kein Polychirin, verdammt. Haben wir hier noch was? In unserer Wüste hier? Hier haben wir wieder Sandsturm? Nein. Das ist nicht bei uns, oder? Hier. Hier ist aber kein Poly mehr, ne? Hier haben wir schon alles abgegrast haben, Polychirin, verdammt. Müssen hier in diese Region. Hm. Ja, hier, komm, hier vorne und da. Gut. Da müssen wir mal kurz gucken, wo wir da hin müssen, ne? So. Von uns aus müssen wir jetzt... Hier durch, ne? Da war das, ne? Oh ja. Einfach hier geradeaus durch, ne? Komplett. So, dann holen wir uns hier zwei, drei Polychirin. Polychirin. Ja, machen wir mal. Genau so. Wir essen uns jetzt erstmal kurz voll. Klare Sache, das. So, guck mal. Ja, wir brauchen das Poly, ne? Ich glaube, ich habe sogar noch die elektrischen Drähte. So, dann reicht. Ab zum Over. So, das sind so Sachen, die immer echt Zeit rauben, ne? So. Ja. Blöd. Aber du. Nützt ja nichts, ne? Muss ja hier weitergehen. So ist das. Hä? Was? Da ist aber einer verloren gegangen jetzt hier irgendwie. Oder? Oh. Das war nicht so gut, ne? So. Upp. So, der Rest kann gleich ja eigentlich, ja, hier in... Den esse ich noch. Und der Rest kann erstmal in den Kühlschrank. Ja. Cool. So, dann brauchen wir Sachen. Mann, 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 ey. So, zwei Stück noch eben. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. So. So, Kühlschrank, das da rein. Los geht's. Achso, hier kann ich auch nochmal irgendwo irgendwas ablegen. Hier. Den da. So, leeren Kristalle. Da hab ich noch vier. Ach, dat mal da rein. Hier die beiden. Da wäre das Feron. Muss ich halt gleich alles wieder suchen. So, dann geht's jetzt weiter. So, lass mal da so durch. So, ist richtig, oder? Nö, ja, nicht ganz. So. Ach ja, dann holen wir uns da noch eben schnell die Sachen ab. Mann, 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 Mann. Bisschen Polychirin. Na da. So, das ist aber schon mal geil hier, weil hier brauche ich keine Angst haben vor Stürmen. Nur vor so einem blöden Vipalisten, aber der ist ja einfacher wie ein Krog. Haben wir ja letztes Mal gemerkt, ne? So, Gas Detected. Ja, ja. So, und wir müssen einfach geradeaus durch hier, ne? Silze sind gut. Hier könnte ich mal eben kreuzweise... Echt? Oh! Nee, nicht hier. Weg hier. Wo bin ich denn hier? Wieso wollte ich hier durch? Was mache ich eigentlich für einen Blödsinn? Aha. Hier geht's langsam auf Sandsturm. Ähm, sind wir denn hier noch richtig? Das ist mal eine ganz andere Frage, ne? Ja, gut, hier vorne ist sie... Äh, hier ist es. Könnte sein, dass uns jetzt mal ein bisschen was trifft hier. Guck, ja, ja. Dann ist das halt so, ne? Gefährlich hier, gefährlich. So, weiter geht's. Dann... Darüber. Ähm, so. Ja, von mir aus. So, hau drauf wie nix. Und manchmal fehlen so ein bisschen die Sounds noch, ne? Ja. Ist das Keternium? Yo. Nimm mal mit. Ach, ich hab das Werkzeug dafür gar nicht. So, dann... Ah, nix liegen lassen hier. Ich brauche ja auch noch den Polychirin-Stoff, ne? So, weg hier. Weg, 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 weg. Echt. So. Ja, das Gas ist mir egal. Nur mal eben gucken, dass ich nicht wieder mitten bei denen durchs Lager renne. Echt. So, hier, das müsste doch passen, ne? Äh, ja. Das müsste passen. Wieder direkt da durch, so. Ähm, naja, Licht brauchen wir nicht unbedingt. So. Oh, doch, ne Luftblase wäre gar nicht schlecht. Wo war sie denn jetzt? Ja, ja. Hier, komm mal her. Sammeln mal einen da. Ja, klar ist sie gar nicht schlecht, weil... Ach, Mann. Du sollst das doch nur einstecken hier. Ähm, da können wir gleich nochmal einen Sünd machen, ne? Ähm, wieso kommen wir hier wieder in so eine komische Sturmregion? Wo rennst du denn wieder hin, ey? Äh, du rennst doch falsch, Junge. Warum? Ja, ich beeile mich ja schon. Also, ich will ja, aber irgendwie will er nicht. So wie ich will. Okay. Boah, das gibt drei heiße Füße hier, ey. Mann, jetzt latscht doch. Oh Gott, ey. Ja, 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 ja. Jetzt sind wir aber erstmal sicher. Naja. Sicher auch nicht. Wir sind schon wieder falsch abgebogen hier, ne? So, auf jeden Fall hat die ein bisschen Gas abgekriegt. Komm, das reicht doch jetzt, um hier den letzten Rest rauszugehen, oder? Ist ja nur das kleine Stück hier. Ja. Jetzt haben wir wenigstens das Polykyrin. Da ich immer so ganz klug bin, denke ich nicht, dass wir all meine Vorhaben heute schaffen werden. Ich habe diese bescheuerten Windturbinen vergessen. Und ich habe gedacht, ich weiß noch ganz genau, was ich alles gemacht habe. Ja, genau. Am Arsch. Weiß ich irgendwas ganz genau. Am Arsch. So, hier. Erster Hart. Wenn du mal nicht richtig triffst. Bei anderen Spielen ist die Hitbox voll daneben. Da ist es egal, wo du triffst. Aber hier. Wehe, du bist auch nur einen Millimeter daneben, ne? Na ja, im Endeffekt gut. Warum renne ich eigentlich? Ich hätte doch hier hingehen können. Oh. Na ja, ging ja schnell jetzt. Wo? Ich vergesse das immer noch, ne? Wo habe ich denn jetzt noch irgendwie einen Harz, verdammt? Irgendwie suchst du immer noch irgendwas, ne? Ach, ich habe doch noch Harz bestimmt hier im Lager. Wie viel? Gegen wem kämpft er denn? Hm. Nicht gegen mich, das ist sicher. Ähm, hier. Irgendwo war hier Harz. So. Da, bau direkt mal Luft sind. Hier. Ja. Dankeschön. Kann der restliche Harz noch wieder weg. Zack. Ähm. Jetzt Polychirin. Ich brauche noch zwei Stück, ne? Ja. So, dann suche ich mir mal alles wieder zusammen hier. Ach, schrecklich. Hier habe ich das Zeugs gelassen. Hier habe ich nichts gelassen. Hier ist nichts. Hier ist nichts, hä? Du hast ja mein ganzes Zeugs. So, zum Beispiel das Polychirin. Da ist das. So, was braucht ich, ne? Ich brauche ja vier für zwei Windturbinen, ne? So, Windturbine. Vier. Die kommen gleich. Elektrische Drähte. Was brauche ich denn dafür noch? Harz. Ja, habe ich ja noch zwei, ne? Brauche aber wahrscheinlich. Ich brauche vier. Zwei Stück pro, ne? Ja. Zwei Stück pro. Muss noch mal genau durchgucken, weil ich irgendwie der Meinung bin, ich hätte es alles schon, ne? Ich hätte schon zwei Stück fertig gehabt. Nö. Dann habe ich die wohl schon anderweitig verbraucht. Gut. Dann brauche ich nochmal einen Harz. Aber ich brauche noch zwei mehr. Ja, kann ja jetzt nicht so schwer sein. Ja, siehste. Ja, siehste. Ja, wunderbar. Fertig. So, dann kann ich vier elektrische Drähte bauen. Und dann kann ich rüberrennen wieder, ne? Was haben wir denn jetzt hier? Ähm, Windturbine. Achso, ich muss ja... Ich kann ja schon mal zwei bauen. Kann ich schon mal eine machen. Dann kann ich nochmal zwei bauen. Und mir das... Äh, Dings hier holen, ne? So. Zack. Und... Nähe zur Produktionsbank. So. Jep, danke. Zwei Windturbinen. Dann kann das... Hey, jetzt haut doch nicht immer auf alles drauf, Mensch. So, das kann weg. Biopilze kann ich wegpacken. Gut, dann auf zur Sense. Ach, das ist wieder so ein langer Weg, ne? Halt. Die leeren Kristalle. Ich könnte kotzen, ey. Im Quadrat, dass ich immer alles vergessen will. So, zehn leeren Kristalle. Dann können wir die eine Sandsturm, also diese... Mit den Feuerbällen die Region befreien. Äh, ach, ihr seid da, Jungs. So, weiter geht's. Ah, ich hätte vielleicht noch was essen sollen, ne? Egal. Können wir einfach mal hartem nehmen, ne? So. Ja, so langsam könnte ich wieder ein bisschen... Hartz gebrauchen, hier, ne? Ach, guck mal, hier sind ganze Bäume noch, ne? So weit muss ich doch gar nicht, wegen Hartz. Aber hier, jetzt haben wir erstmal wieder zehn Stück eingesammelt gleich. Mann, nimm das doch mit. Oh, schwierig hier, so ein Hartz mitzunehmen, ey. So. So, und jetzt gucken wir. Ist der hier hin schon wieder völlig falsch, ne? Oder fast völlig falsch. Nicht ganz, aber so ziemlich. Was war das? So einer weint, welcher. So ein Brachilione da. Wo bin ich denn? Wahrscheinlich muss ich genau da lang, ne? Oh, ja, genau. Lauf doch einfach. Guck mal, wie viel Hartz hier rumfliegt, ey. Diese Zitterlinge, glaube ich, ne? Die machen das. So, jetzt erstmal den Transporter mit Strom versorgen. Und dann... Oh, blöden Viecher, nervt mich nicht. Wenn wir erstmal kurz gucken. Da ist nämlich wieder falsch. Jetzt müssen wir da lang, genau. Ach, Herr, hier, diese Map, ne? Die ist so schwierig zu orientieren drauf, finde ich. So, ab zum Transporter. Damit das auch alles Sinn macht hier. Schwupp. So, ja, den finden wir auf jeden Fall wieder. Dann machen wir hier mal ein bisschen Strom dran. Nachguck. Was? Fängt ihn jetzt an zu frieren hier? Geht's denn nicht gut, oder was? So, wo ist er denn jetzt? Oh, ich bin schon wieder drei Kilometer dran vorbeigerannt. Was ist das hier? Ne, das ist das aber, ne? Wieso friert denn die? Oh, Mädel, Mensch. Und jetzt habe ich keine Leitung mitgenommen. Ich könnte kotzen. Das soll man sich nicht aufregen, ey. Gebäude platzieren, Nummer eins. Ah, direkt dran hier. Gebäude platzieren, Nummer zwei. Guck, der hat direkt Saft. Ja, wunderbar. Wunderbärchen. Dann, oh, guck mal hier. Direkt am Eingang. Sensi. Wo ist die Sensi? Inquisitor. Da. Finn, grüße. Gerät holen. Ja. Jawoll. Dankeschön. Und rüber. Ja, macht nichts. Zack. Das spart zumindest mal eine Menge Zeit, ne? So, Essen. Sehr geil. Also, ich liebe das. Essen. Dann reisen wir noch da rüber und machen den einen dicht. Ja, kommen den letzten auch noch. So, dann hier. Hesad. Da, babab. 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 Da. Und dann können wir den... Ne, welcher ist denn das noch? Der hier, ne? Ja. Das müsste der leeren Riss sein, ne? Ja, genau. Der, an dem ich mal gestorben bin. Ja, guck mal. Dann gehen wir von hier da rüber. Und schließen den auch mal schnell. Oder ist das der? Ne. Der macht Sandsturm. Der macht Schneesturm. Feuerbälle. Der macht Feuerbälle. Ja. Da müssen wir den schließen. Cool. Bam. Ja, ich weiß. So, hier rüber. Ach, ihr armen Pilleleute da. Ach, Mann. Bio-Pilz-Cluster. So, wo muss ich jetzt lang? Meine Güte. Ah, ja. Ich hoffe, da ist gleich ein anderes Gebiet. Jawohl. So, leeren Riss. Wo bist du? Ach, da. Moinsen. So. Wupp. Bam. Jawohl. Und der nächste leeren Riss ist nicht. Jetzt hoffe ich doch, dass ich dann auch die Sandwüste hier erwischt hab, ne? Ja. Wo bin ich überhaupt da? Ja, guck mal hier. Alles leer. Hier können wir zwar kein Poli-Curin mehr abholen, aber wieder in Ruhe hier reisen, ne? Oh, geil. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt können wir hier auch wieder in Ruhe reisen, ne? Oh. Maybe the little guys are just sleeping? Äh, I don't think so. Äh, I don't think so. Äh, diese alle tot hier, ey, armen Viecher. Äh, hier Matsche brauche ich nicht, ne? Aber hier leeren Christoph. Los, Zitterlingsfleisch, weg. Ach, hier. Hä? Hier ist noch Zitterlingspanzer. Ja, hier haben wir noch ein paar Daten mit. Teil. Einer unidentifizierten Kreatur. Gasblütenranke. Cool. Nimm mal mit. Verfaultes, 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 verfaultes. Ach, ja. Sollt sich doch hier mal lang zu schauen. Hä? Verstörte Fluchtkapsel? Ein Sündglocken. Oh, cool. Und wir sind voll, ne? Der macht ja nichts. Wir können gleich nochmal den Ofen packen hier. Aber wir können uns hier nochmal wieder umschauen, ne? Wie viel haben wir denn noch? Komm, nimm mal das mit. Aber hat's jetzt nicht. Ne, ich sehe gerade, ich hab genug. So, also hier können wir uns jetzt auch wieder frei bewegen. Ist das nicht geil? Ja, dann reisen wir nochmal nach Hause. Da haben wir zumindest mal den leeren Riss hier geschlossen. Da. Zack. Ja, perfekt. Ich würde sagen, mehr als perfekt. Gut, ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier für heute Schluss. Wir haben den Transporter. Das heißt, wir können immer richtig schnell hin und her reisen. Und morgen kümmern wir uns um die anderen Geschichten. Alles klar. Und wenn euch die Runde heute gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Planeten weitergeht. Auf meinem Planeten. Wenn ihr wissen wollt, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Schaut euch auch gerne alle anderen Videos an. Würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Ciao.